Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen weiter. Technologieaktien mögen ja bekanntlich keine steigenden Renditen, aber auch der Gesamtmarkt leidet zunehmend darunter. Heute sieht es vorbörslich beim DAX nach weiteren Kursabschlägen aus. Zur Stunde notiert der Deutsche Leitindex knapp oberhalb der Unterseite der Handelsspanne bei 12.600, aber auch die exponentielle 34-Tage-Durchschnittslinie bei 12.620 wird getestet. Darunter sollte der DAX nicht fallen. Ansonsten droht ein Test, ein erneuter Test des Märztiefs bei 12.432.